Willkommen zurück. Cyrsium vulgare, die gewöhnliche Kratzdiestel, ist alles andere als gewöhnlich. Sie ist eine uralte, vergessene Heilpflanze. Lasst euch durch ihr stacheliges Kleid nicht abschrecken, denn die Blätter, Wurzeln, Blüten, Samen und Jungentriebe sind essbar. In der traditionellen Volks- und Naturheilkunde wurde sie innerlich zur Unterstützung und Regeneration der Leber des Darms und der Galle eingesetzt und äußerlich als Sud oder frischer Kräuterbrei bei schlecht heilenden Wunden und Insektenstichen. Die Wurzel der Kratzdiestel wurde übrigens getrocknet und gemahlen, zum Stricken von Getreidemehl genutzt. Und wenn ihr die Wurzel ordentlich säubert, schält und klein schneidet, könnt ihr sie wunderbar zu euren Gemüsegerichten reichen. Ihr Geschmack erinnert ein bisschen an Artischocken. Am besten erntet ihr sie mit einer Schere und tragt Handschuhe. Schneidet dann das äußerlich stachelige Kleid ab und könnt von den wunderbaren Inhaltsstoffen wie ätherische Öle, Bitter- und Gerbstoffe, Eiweiße und Calcium profitieren. Ihr könnt die Blätter auch für einen Tee trocknen. Aber Achtung, wer auf Korbblütler reagiert, bitte verzichten und Schwangere und Stillende nur nach Absprache. Einen tollen Tag. Bye-bye.